Ich heisse Giulia Monti. Woher kommen Sie? Ich komme aus Italien. Ich komme aus Italien. Wie heissen Sie? Ich heisse Louis Marchaud. Woher kommen Sie? Ich komme aus Frankreich. Hallo, ich heisse Arti Suharto. Ich komme aus Indonesien. Hallo, ich heisse Juan Pablo Garcia. Ich komme aus Mexiko. Hallo, ich heisse Aishar Kariya. Ich komme aus Marokko. Hallo, ich heisse Ashabat. Ich komme aus Indien. Hallo, ich heisse Sophia Brown. Ich komme aus den USA. Hallo, ich heisse Long Wang. Ich komme aus China. Hallo, ich heisse Erik Olsen. Ich komme aus Schweden. Guten Tag, ich heisse Angela Haimundu. Ich komme aus Brasilien. Au, ah, au. Guten Tag, wie heissen Sie? Grüezi. Ich heisse Peter Müller. Woher kommen Sie? Ich komme aus Südafrika. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Johannesburg. Ich wohne in Johannesburg. Welche Sprache sprechen Sie? Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Afrikaans? Ich spreche Afrikaans. Ich wohne in Zürich. Ich wohne in Lugano. Ich wohne in Genf. Ich spreche Italienisch. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Französisch. Wie heissen Sie? Ich heisse Maria Alvarez. Alvarez. Buchstabieren Sie bitte. A, L, V, A, R, E, Z. Ach so, Alvarez. Und ich heisse Absko Kivuva. Wie? Buchstabieren Sie bitte. Ich heisse A, B, S, K, O. K, I, V, U, V, A. Woher kommen Sie? Ich komme aus Kenia. Und Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Spanien. Welche Sprache sprechen Sie in Kenia? Kenianisch. Sprechen Sie Portugiesisch? Nein, ich spreche nicht Portugiesisch. Ich spreche Spanisch. Ich wohne hier in Zürich. Wo wohnen Sie? Ö wie Österreich. Ü wie Südafrika. Ä wie Ägypten. Sch wie Schweden. Sch wie Spanien. EI wie Schweiz. I wie Griechenland. h wie China, h wie Honduras, h wie Philippinen, oi wie Deutschland. Guten Tag. Nehmen Sie Platz. Danke. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte mich in der Schweiz anmelden. Wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname ist Daniel. Wie ist Ihr Nachname? Mein Nachname ist Smith. Wie ist Ihre Adresse? Meine Adresse ist Hohlstrasse 7. Was ist Ihr Wohnort? Mein Wohnort ist Zürich. Wie ist Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 078 623 19 54. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 Meine Telefonnummer ist 076 294 58 12. Meine Telefonnummer ist 043 569 17 82. 2 2 Guten Tag. Wie ist Ihr Vorname? Ich heisse Pheromine. Wie schreibt man das? Buchstabieren Sie bitte. F E R O M I N E E E Danke. Wie ist Ihr Nachname? Emana. E M A N A Ja. Richtig. Wie ist Ihre Adresse? Deutschstrasse 9. Was ist Ihr Wohnort? Wo wohnen Sie? Mein Wohnort ist Luzern. Ich wohne in Luzern. Was ist Ihre Herkunft? Woher kommen Sie? Ich komme aus Kamerun. Was ist Ihre Muttersprache? Meine Muttersprache ist Französisch. Wie ist Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 041 375 2893. Hallo. Wie heisst du? Ich heisse Manfred. Und du? Ich heisse Petra. Woher kommst du? Ich komme aus England. Wo wohnst du? Ich wohne in Basel. Welche Sprache sprichst du? Ich spreche Englisch. Hallo. Wie ist dein Vorname? Mein Vorname ist Magnus. M A G N U S? Ja. Richtig. Und wie ist dein Nachname? Mein Nachname ist Nilsson. Das schreibt man N I L S S O N. Danke. Wie ist deine Adresse? Meine Adresse ist Abendstrasse 3. Abendstrasse 3? Ja. Ja. Genau. Hier in Zürich? Ja. Ich wohne in Zürich. Was ist deine Herkunft? Woher kommst du? Ich komme aus Norwegen. Und was ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist Norwegisch. Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 076-698-2341. Hallo. Ich heisse Erik Olsen. Ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Schweden und wohne in Bern. Ich spreche Schwedisch, Englisch und ich lerne Deutsch. Ich bin ledig. Ich bin ledig. Ich arbeite als Architekt. Ich arbeite als Architekt. Hallo. Ich heisse Arti Suharto. Ich komme aus Indonesien. Ich bin 34 Jahre alt. Meine Muttersprache ist Indonesisch. Ich spreche auch noch Englisch und ich lerne Deutsch. Ich wohne in Luzern und arbeite als Krankenpflegerin. Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Hallo. Ich heisse Peter Meier. Das ist meine Familie. Ich habe zwei Kinder. Mein Sohn heisst Michael. Er ist zwölf Jahre alt. Meine Tochter heisst Anna. Sie ist neun Jahre alt. Sie tanzt gern. Sie tanzt gern. Und das ist meine Frau. Sie heisst Stefanie. Sie arbeitet als Kassiererin. Hallo. Ich heisse Anna Meier. Ich bin neun Jahre alt. Das ist meine Familie. Das ist meine Familie. Das sind meine Eltern. Sie sind verheiratet. Mein Vater heisst Peter. Er arbeitet als Polizist. Das ist meine Mutter. Sie heisst Stefanie. Das ist mein Bruder. Er heisst Michael. Er spielt gern Fussball. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin 29 Jahre alt. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 23 24 25 26 25 26 26 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 35 37 37 37 38 38 39 40 50 50 60 70 80 90 60 62 62 42 45 45 42 Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich bin ledig. Ich bin ledig. Ich bin ledig. Sie verheiratet. 50 40 40 60 41 42 42 42 42 43 Vielen Dank.